Wünsche Naah Yes Schulterpanzer BAM Schulterpanzer Ich weiß es Oh, schau nach der Kugel und Sie hat mich beleidigt BAM Danke, bye Danke, bye Kupps verlassen So Wo stehe ich? Boah, ich seh so cool aus mit neuen Schulterpanzern Und so Wo bist du? Äh... Einbar Dann weißt du Jo Ich mach wieder Massenball hier Massenball Wow, Elite Dingsbums Äh, falsch Äh, RAM-Up Ja, ja, das hab ich jetzt auch gesehen Der dahin Also für Leute, die es nicht wissen Ähm, RAM-Up geben super viel Erfahrung Normalerweise die im Quest 791 Ich war nicht erholt, verdammt Geht Geht So, fertig Damit hätten wir alle 12 Beweglichkeit Okay Pass 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 Äh, pass Äh, pass Äh, achso, ja So, jetzt müssen wir nur die Spinnen töten Jo Jo Ich hab schon drei von denen Oder Ja Gibt jemand gar nicht Da hat grad irgendjemand draufgehauen Oh Eine Wogenjägerin Stufe 33 Bisschen zu hochlevelig für das Gebiet Aber egal Der ist doch langweilig Sie hat alles Spinnen getötet Nein, das Monster Unsere Quest Gegner Da, Spinne, Spinne, Spinne Wieso tust du das? Töte dich bitte Ich such zur Zeit nach nur 9 Nein, nein, nein Nein Genen Nein Schwertlicher Klumpen hier eigentlich Verdammt, ich find keine Spinnen hier Hast du eine? Da, ich hab eine Hier Ich komme zu dir Wo auch immer du stehst Mach mal hinne Weiß wie viel Schaden ich mache Und dort Na, dort Da ist noch eine Moment Moment, wo ist jetzt die Spinne? Da Und wieder nichts getoppt No Dort 24 Schaden Yes Zu langsam In den Stunts magst du vielleicht gewinnen Aber nicht in der Oben Das werden wir noch sehen Und zwei Spinnen Yes Dort, dort, dort Da drüben ist auch noch einer Ja Ist da grad ein Schocker hergeschatten Schrittet Oder hat das nur so ausgesehen? Ja, das hat nur so ausgesehen Okay Schmerzlicher Klumpen Yeah So Und jetzt Was jetzt? Und Zack Ich hab vier Ja Übrigens Da Da Oh, okay Dann kann ich looten Okay, das heißt War die Ähm Die Laterne, die ich jetzt gerade in der Instanz bekommen hab Die passt hier irgendwie voll zum Gebiet Das sieht so nice aus Ich mit der Boah, sieht das cool aus Zeig mal, will ich es sehen? Tim It's seen It's seen It's seen Afterward Tadadadadano Sieht doch voll cool aus, oder? Ja Wie der Boden verderaftet Passt irgendwie sie so wo ist noch nicht wieder ich bin die immer noch im Kopf ich bin in ich hoffe sie kommen jetzt zu mir jetzt wo ich sie gerufen habe spinnen spinnen ah spinne yes und da macht er den Pflöschlag und der kälte Kegel doch die Spinne gibt sich auf und da ist er doch oh mein Gott Zreed hat gewonnen was für ein Kampf und da macht er den vernichteten Schlag BAM 237er Kritz CSRESS ist nicht zu schlagen oh spinneteile äh ja ist noch eine und da er versucht es mit seinem Merchfachschuss und und Cassie greift mit seinem Feuerring an obwohl das jetzt gar nicht zu verkündet weil die Spinne schon tot ist oh nein verdammt der Casio ist wie immer zu langsam aber was machen wir jetzt wo ist sie nicht wenn der der wagt ist in den Ring zu steigen und Threats und Cassie sie immer herauszufordern h 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 stre儿 h 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 Nein! Mh 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 Teufelsausbeschwören Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! So Ja, 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 ja Und noch eine Spine Wawawawawawaw Das, charge! Not Ich wünschte ich keinen chargeen Obwohl mein 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 Pet kann chargeen Das ist nicht ein Pet, das ist ein Dämon Demon Und so The Demon's Soul Charge So, das muss er sein Der Roboter Da heißt er eine Spinner Ah, ich kann die da drüben looten Warte, die hat nichts getroppt, glaub ich It's the end of the world, fucker Und ich, äh, nein Okay Äh, Mann E3 E3 E8 Alright Da hilft eine G1 Genau Gift weber Spinner 81erquit Boahie, heute geht's so richtig Okay Okay Ich bin leise 4 Yay Und jetzt drop das fünfte für mich Äh das Wie vielte? Egal Bin gerade zu faul um nachzusehen Und jetzt Ein ganzer kein Crit Schade No, schon wieder nichts getroppt für mich Haha Ich hol dich doch ein Ich brauch nur zwei Wie immer Ja, ne So, mal sehen Irgendwie sind hier keine Spinnen mehr Fällt mir gerade so auf Doch, ich kriege ja gerade eine 18.40 Die Leute auf meinem Server haben gerade Raiden angefangen Yay, viel Spaß Viel Spaß beim Raiden Jupp Und Bams Wieso kill ich eigentlich den Terrorwolf? Weil ich doof bin Genau You are silly Oh, he is speaking English Believe me, I can a little bit of English too But first let me sing this shit for you Ihr werdet doch alle gerne So gerne Nein, falsch Äh, gerne so wie ich So genau Guck in den Video Du wirst gerne So wie ich Jetzt rein äußerlich Doch leider wird Wie erst einmal Pech gehabt Ne, 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 ne Für mich droppt das Für mich droppt das echt nicht mehr Das ist ja unglaublich Ich brauch nur eins Eins Nein Und... Komm schon, komm schon, komm schon! DROP! Nicht! Yes! Ha! Ah, die Welt ist schön! Das ist doch noch... ...wass... Äh, okay. Ist die nicht irgendwie... ...hat ich neu? Ich kann nicht mehr. Okay. Spam! Und dort. Maaann, ich brauch noch einen! Nein, ein anderes Ding. Also ich steh jetzt mal so in der Gegend rum. Und genieße die Gegend. Ich will mir lieber ein paar Spinnen zu finden. Hm, hm, hm. Noch genau 17 Level, dann bekommen wir das verbesserte Reiten und ich bekomme ein cooles... ...äh, Teufels Ross. Oh, super. Also ich finde das sieht gut aus. Wollte ich noch mal gesagt haben. Ja, ja. Ja. Mein nächstes Mal ist ja Stufe 6 oder so. Ne, warte, du hast doch, ähm... ...s Raid auf Blackhand, oder? Äh, stimmt's. Benzin, äh, der ist Stufe 33 oder so. Müssten wir mal weiterzocken, aber heute mach mal das together. Bis die Speicherkarte platzt! Was für Speicherkarte? Die wär schon nach 2 GB zu Ende. Ernsthaft? Naja, es gibt schon etwas größere Speicherkarten. Ja. Und, und, und? Das deprimiert langsam. Also wirklich, immer muss man auf dich warten. Nie drauf das Zeug für dich. Die, die, die Leute wollen dein Spinnenbein nicht mehr. Sie wollen die schwarze Klumpen mit der... Und es droppt! Oh! Endlich! Wow! Quest fertig. Ja. Ich wollte schon ein, äh, GM-Ticket eröffnen. Liebes Arschloch, GM-Team. Ja. Ihr verdammten... Ihr, ihr verdammten scheiß abfuckige Questinger droppen mich. Ähm, L-M-A-A, ihr verdammten Husos. Ja. Ah, ja. Ah, ja. So, gut. Äh, wenn wir hier so im Dorf sind, sollten wir mal einen Schnit ansetzen, um zu schauen, wie viel Speicher wir noch haben, oder so? Ach, ich hab fast 400 GB, mein Freiman, gehabt. Wie lang ist das eigentlich her? Okay. Ich mach mal schnell einen, äh, Tab-Wechsel, mal schauen. Und, äh, okay. So, passt. Vielleicht lass ich mir mal die Stoppuhr stellen. Also, ich glaub, wir nehmen jetzt Zeit ziemlich lange auf. Jetzt sag doch einfach, Mann. Verdammt, Inventar ist voll. Das geht nicht. Verdammt. Die Fraktion Genera ist euch gegenüber jetzt freundlich eingestellt. Getöt. Und so. Kann ich euch helfen? Finger! Ja. Ach, wir müssen nach SW und die Quest abgeben. Und ich muss jetzt endlich mal da nen Lichtschalter kommen. Verdammt. Hm. Ich dachte jetzt, ich glaub jetzt aufsch... Ich dachte jetzt, ich glaub jetzt aufsch... ... ... ... ... ... ... ... ... ...